Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Videos über die Entstehung des Spannungsdehnungsdiagramms. Betrachtet man das Spannungsdehnungsdiagramm erneut, können also die einzelnen Bereiche wie folgt eingeteilt werden. Im ersten, huckischen Bereich erfolgt die Dehnung elastisch. Dabei ist die Spannung proportional zur Dehnung. Die elastische Dehnung beruht auf der Bindungsenergie zwischen den Atomen. Je größer die Bindungsenergie ist, desto steiler verläuft die huckische Gerade und desto steifer ist der Werkstoff. Im zweiten, Lüders Bereich, findet bei unligierten Stählen auf mikrostruktureller Ebene ein Losreißen der vornehmlich an Stickstoffatomen verankerten linienförmigen Gitterfehlern den Versetzungen statt. Der Werkstoff fließt in diesem Bereich und es finden ruckartige Bewegungen statt. Das heißt, dass die Dehnung bei gleichbleibender Spannung größer wird. Dabei ist die Nennspannung nahezu konstant. Der dritte, Gleichmaßdehnungsbereich, beschreibt die plastische Verformung und hinterlässt bei Wegnahme der Kraft und Abzug des elastischen Anteils immer eine bleibende Verformung. Dabei beruht die plastische Verformung auf der Versetzungsbewegung. Der vierte Bereich zeigt ebenfalls eine plastische Verformung an. Jedoch beginnt mit steigender Spannung die Einschnürung der Probe, in der sich der Querschnitt mit zunehmender Kraft immer weiter verjüngt, bis es schließlich zum Bruch kommt. Dieser Bereich begründet sich auf der Bildung und der Akkumulation von Mikrorissen, die schlussendlich beim Erreichen einer kritischen Größe zum Versagen führen. Im Vergleich zu Stehlen, die eine ausgeprägte Streckgrenze besitzen, gibt es eine Vielzahl von Werkstoffen, die keine Unstetigkeit beim Belasten vorweisen. Aluminium zum Beispiel weist keine klare Unterscheidung zwischen dem elastischen und elastisch-plastischen Bereich auf. Damit dennoch wichtige Kennwerte wie die Streckgrenze RE ermittelt werden können, wird ersatzweise die Dehngrenze RP0,2 verwendet. Diese bezeichnet die Spannung, die eine bleibende Dehnung von 0,2% hervorruft. Um diese grafisch zu ermitteln, wird bei 0,2% Dehnung eine Gerade mit dem Anstieg der hockischen Gerade eingezeichnet, bis diese Hilfsgrade und die Spannungsdehnungskurve sich schneiden. Anschließend wird an der Y-Achse die dazugehörige Spannung, also RP0,2, bestimmt. Im Allgemeinen gilt, dass ein Werkstoff eine Dehnung von 0,2% problemlos übersteht, ohne bleibende Schäden davonzutragen. Nach der Dehngrenze RP0,2 folgt ein bogenförmiger Verlauf, in welchem das Maximum die Zugfestigkeit RM bildet. Die Dehnung, die bis zu diesem Bereich erfolgt, wird als Gleichmaßdehnung AG bezeichnet. Um diese grafisch zu ermitteln, wird die hockische Gerade parallel so weit verschoben, bis diese das Maximum des Graphen, die Zugfestigkeit RM, schneidet. Die bleibende Verformung wird auf der X-Achse in Prozent abgelesen. Wie auch beim Stahl beginnt ab diesem Punkt die Einschnürung der Probe, bis es schließlich zum Bruch kommt. Die maximale Dehnung, die die Zugprobe erreicht hat, wird als AT bezeichnet und nach Abzug des elastischen Anteils erhält man den letzten wichtigen Kennwert, die Bruchdehnung A. Fassen wir den zweiten Teil des Videos noch einmal zusammen. Im ersten, dem Bereich der hockischen Gerade, erfolgt die Dehnung elastisch. Dabei ist die Spannung proportional zur Dehnung und die Probe geht nach Wegnahme der Kraft in ihre Anfangsmesslänge L0 zurück. Der Anstieg der hockischen Gerade wird durch den Quotienten aus Spannung und Dehnung beschrieben. Dieser Kennwert, E-Modul, ist das Maß für die Steifigkeit eines Werkstoffes. Der E-Modul ist von der Bindungsenergie des Werkstoffes abhängig und insofern eine nicht beeinflussbare Kenngröße. Es gilt, je größer die Bindungsenergie eines Werkstoffes, desto größer ist der E-Modul und umso größer ist seine Steifigkeit und der Werkstoff lässt sich somit umso schlechter elastisch verformen. Im zweiten Bereich, dem Bereich der Lydasdehnung, ist die Nennspannung nahezu konstant und der Werkstoff fließt bis zum erneuten Anstieg der Spannung. Der dritte Bereich wird als Bereich der Gleichmaßdehnung bezeichnet und beschreibt eine gleichmäßige Dehnung über die gesamte Messlänge der Zugprobe. Diese plastische Verformung beruht auf der Versetzungsbewegung. Im vierten Bereich, dem Einschnürungsbereich, beginnt die Einschnürung der Zugprobe, in welchem sich der Querschnitt immer weiter verringert, bis es schließlich zum Bruch kommt. Bei Werkstoffen ohne ausgeprägter Streckgrenze wird davon ausgegangen, dass sie eine plastische Dehnung von 0,2% problemlos überstehen können, ohne dauerhaft geschädigt zu sein. Um die Dehngrenze bzw. die Streckgrenze ermitteln zu können, wird die huckische Gerade parallel zum Dehnungswert 0,2% auf der x-Achse verschoben und am Schnittpunkt der beiden Geraden der zulässige Spannungswert rp0,2 abgelesen. Im anschließenden bogenförmigen Verlauf bildet das Maximum des Graphen die Zugfestigkeit rm, welche Auskunft über die maximal mögliche mechanische Zugspannung angibt. Die plastische Dehnung bis zu diesem Punkt wird als Gleichmaßdehnung ag bezeichnet. Diese erhält man durch Abzug des elastischen Anteils. Mit Erreichen der Zugfestigkeit rm beginnt die Einschnürung der Probe, in welcher sich der Querschnitt immer weiter verringert, bis es schließlich zum Bruch kommt. Die maximale plastische Dehnung, die die Probe erreicht hat, wird als Bruchdehnung A bezeichnet. Im dritten Teil des Videos wird der Unterschied zwischen dem wahren und technischen Spannungsdehnungsdiagramm sowie der Härteeinfluss auf wichtige Kennwerte erläutert. Im dritten Teil des Videos wird der Unterschied zwischen dem wahren und technischen Spannungsdehnung geöffnet werden.